dir ging es aber gerade gut oder der kopf war gerade so ganz schräg nach hinten gedreht auch passiert manchmal okay läuft bei dir ja 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 wo ist sie erst du noch das zeug im inventar die fuel oder oder ich hab ich hab den hast du die dimensional chest bei dir ja gut ich wollte schon sagen es kann sein dass es immer weg ist was mache ich jetzt okay more power ja ich brauche iridium das kriege ich auf merkur da flattere ich jetzt in in der hoffnung dass die rakete kaputt geht und melvin eine neue craft muss es nix 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 und ganz lieb hat er hier da kannst du die kessie fragen ich bin voll lieb wo wollte ich jetzt hin merken ich muss wieder nach draußen gehen auch doch noch mal so eine platte klopfen hat das bei den m2 gut Wo du stehst. Okay. Tschüss. 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 Wo fliegst du eigentlich hin? Ich hole jetzt Iridium, um Dingsbums im Questbuch weiterzukommen mit den Solarpendels. Achso. Ja. Was ist denn jetzt hier im DC los? Irgendeine Erwähnung ist dort da. Maven, du willst dann bestimmt auch zu irgendeinem Planeten flattern. Boah. Ich hab halt noch keine Rakete. Alter! Nimmst du dir eine von denen, die schon da stehen. Und... Gibt's hier noch eine Dimensional Chest? Weil ich hab die Taroks gegeben. Ja, geil. Irgend... Meine Startraumweska weggebockt. Ähm... Das ist jetzt das Problem. Das ist jetzt das Problem. Ähm... Ich hab bloß eine im Inventar. Und ich werd grad ernsthaft vom Mobs angegriffen. Ich auch. Ja, das Problem ist, ich hab nicht mal meine Rakete aus dem Ding hier geholt, mit dem man landet. Kein Bock, dass die das jetzt hier in die Luft jagen. Ähm... Ich hies gar nicht so eine Dimensional Chest, die kostet glaube ich nicht viel. Einfach mal kurz nachgucken, äh Melvin, und dann zur Not ne neue Craften. Wir haben ja genug Ressourcen. Ja. Also eine seh... Ah... Eine seh ich hier in äh... Better Barrel. Dann kannst du die nehmen. Würdest du aber vorher noch Oxygen Tanks in die Chest reinlegen? Weil da sind grad nur zwei Stück drinnen. Und ich denk immer, dass wir ein paar mehr brauchen. Kann jemand eine Startrampe? Eine einzige. In... 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 Und ne Startrampe in die Chest reinschmeißen. Die, die auch da oben sind? Ja, wo du die Raketen drauf stellst. Ja, da muss ich die erstmal craften. Ne, nimm von oben eh ne weg. Okay. Das Craften können wir dann offscreen machen. Äh... Hey. Ich bin jetzt Höhe 43. Ne, ich muss weiter runter. So, Rampe. Ja. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Und Tyrox, du vergisst da nicht den Fuel Loader. Ja. 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 Ja, ja. Die, 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 die... Ja. 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 Und Tyrox, du vergisst da nicht den Fuel Loader rein zu schmeißen, sonst kommen die anderen dann von dem Planeten nicht runter. Bitte? Du stinkst Tyrox. Ich weiß. Duschen sollte helfen. Ey. Du bist nämlich persönlich. Du kannst ja mit Tiger zusammen duschen gehen. Ach ne, warte mal, das will sie ja mit mir. Hehehe. Hm. Tiger nimmt dich zwar mit zum Duschen, aber zeigt sich nicht. Seltsam, oder? Das weiß ich. Iridium. Drei Stück. Vier. Mehr nicht. Branche. Warte. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Ich mach das jetzt, mir die Hakei aber. Ich würde echt mal interessieren, ob Cassie heute nochmal wiederkommt. Hat die irgendwas gesagt? Ja, hat er im Spam-Channel geschrieben. Ja, den sehe ich nicht. Da ist mal hier ein Aufnahmeordner davor. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Habt keine Aufgaben mehr und bevor ich da die Aufnahme zerstöre und mein Laptop halber abbrach, bin ich lieber gelieft. Was heißt ein Abrach? Da steht Abbracht. Achso. Oder Abrach halt. Ja, Cassie, du hättest ja auch an der Stange für uns Kerle tanzen können. Stimmt. So, ich fliege da noch, ne? Mach das. Ich habe immerhin schon, wo ist es dort, 13 Iridium Erz. Und wir brauchen viel mehr. Wir brauchen acht Heavy-Duty-Plates. Okay, sie hat es ergänzt. Abkrach. Achso. Ach Cassie, wir haben dich auch ganz doll lieb, auch wenn du manchmal Schreibfehler hast. Ähm, Skidush. Na, sag dir. Gesundheit wollte ich nur dazu sagen. Ich mir auch. Also, wenn sich das bei dir immer so anhört, dann tut mir dein Freund leid. Ey. Ja. Ey. Ja. Ey. Ey. Was denn? Ich dachte, heute ist die Folge des Outings. Also, ich mag Möpse. Ich auch. Ich mag die mit kleinen Nippeln dran. Das wendet sich wieder zum Falschen. Äh. Ist doch egal. Kann man schön kneten, oder? Oh ja. Die kann man schön in die Hand nehmen, kneten, sein Gesicht dazwischen drücken und brrrr machen. Und die Folge wird definitiv am 18 freigeschalten. Das war schön. Ne. Das habe ich nicht mal bei Lust vor Darkness gemacht. Das hat nämlich keine Altersfreigabe. Das Spiel. Ne. Oh, ich habe gerade einen Lauf mit dem Erz hier. Das gefällt mir. Ich muss dann gleich mal ausrechnen, wie viel ich ungefähr brauche. Oh, das könnte doch Cassie machen. Und hat das in real life was zu tun? Oh. Schlagt mal ein Thema vor, über das wir reden können, sonst ist die Aufnahme langweilig. Äh. Essen. Okay. Ich mag Essen. Ich auch. Ich mag besonders das Fleisch von toten Menschen. Wenn es so schön über dem Feuer gegrillt ist. Schön mit Zwiebeln und Peperoni dazu. Und warum bin ich nicht vorher in der Höhle gelandet? Äh. Leute. Ja. Nochmal antworte ich nicht mit ja. Ähm. Ja. Achso. Ne. Ne, ist okay. Okay. Du hast gesagt, du antwortest nicht nochmal mit ja, ja. Das war jetzt die Antwort. Warum steht auf meiner Kiste mein Name? Weil dort deine Raketen drin waren. Jetzt würde ich mich beleidigen. Das stimmt ja. Ja. Äh. Ne. 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 Wer baut eigentlich diese Landungsdinger? Ich glaube auch die Person, die die Raketen baut. Äh. Du hattest einen Anschlag auf mich vor, denn das hat einfach nicht gebremst. Wenn du nicht bremsen kannst. Boah. Jetzt hier, äh. Beef, ja. Okay. Das merke ich mir, du. Das merke ich mir. Ne. Schlimmer als das. Ich merke mir das nicht. Ja. Newstern wird darüber berichten. Das wäre natürlich episch. Tschüss. Starrocks. Nein. Noch nicht. Ich bin allein. Ich mag das. Ne. Das kannst du behalten. Der will das nicht haben. Ne. Nix. 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 Achte bitte nicht auf den Chat. Ne. Ja. Möchte ich. Möchte ich. Möchte ich. Nein. Möchte er nicht haben. Doch. Bitte. Das ist. Nein. Nein. Das dauert mir so lange. Nein. Willst du mich verarschen? Das dauert doch nicht lange. Ne. Nur nicht. Oh. Äh. Was mache ich jetzt? Da gibt es das Erz, was ich will. Äh. Entschuldige, es bleibt nicht verarscht. Aber egal. Äh. Mann. Fühlst du dich mal nicht verarscht? Äh. Was weiß ich. Bis jetzt. Loot. 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 Phosphor. Ja komm. Ich habe jetzt äh. 83 Iridium. Äh. Reicht das schon? Ey. Melvin, komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Ja. Ah. Ist er bei dir auf dem Planeten? Hat es funktioniert? Was? Was? Was hat funktioniert? Ich habe gebrannt. Geil. Dann hat es funktioniert. Ja. Er ist bei dir auf dem Planeten. Jetzt. Jetzt möchte ich mal kurz eins testen. Ich bin einfach nur so ein Experiment. Ja. Geil. Ist so. Wow. Was willst du sonst sein, Melvin? Leicht. Scheiße. Das geht mir an. Ein Mensch. Nee. Du hast einfach. Also. Dann musst du die Raketen besser bauen, dass die nicht in die Luft fliegen, wenn man landet. Also. Nee. Doch. Doch. Nein. Doch. Die wurden von Bosch getestet. Was? Keine Ahnung. Von Bosch. Ja. Deswegen habe ich schon kein Werkzeug. Also keine elektrische Maschine von Bosch. Ja. Seit wann dreht sich die, äh, hier? Ja. Die Rakete? Dreht sich was? Die Rakete dreht sich. Was machst du? Wenn du nach links oder rechts drückst, natürlich, dreht die sich dann. Nein. Ich mach grad wirklich gar nichts. Tal Rocks. Ich bin zwar drinnen, aber ich mach nichts. Ey. Das ist so eine Freizeitaktivität. Gesundheit. Jetzt hört's auf. Ich mag dich halt nicht. Jetzt ritt's anders rum. Jetzt müsste eigentlich schon wirklich jemand so einen Clownskin haben. Die Raketen drehen sich beide. So. Ja. Machen die vielleicht den Paarungstanz? Mit Raketen. Da bin ich ab. Ne. Da bin ich ab. Da bin ich ab. Tschüss. Hallo. Tschüss. Was passiert ist eigentlich, wenn ich aussteige? Die Rakete fliegt weg und du bleibst auf dem Planeten. Hallo. Tschüss. 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 Star Rocks. Und wir haben keine Möglichkeit dich abzuholen. Boah, ich will auf die Rakete. Nein. Was willst du dich auf die Spitze setzen? Aua. Äh. Nein. Also Melvin, jetzt hier noch klipp und klar. Du bist doch eine Melanie. Du, das hatte ich nicht vor. Das hatte ich nicht vor, du. Hä? Du hast doch gerade gesagt, du willst dich auf die Spitze setzen. Denk doch, was du willst. Melvin, guck das. Kannst du gerne meine Aufnahme hören oder ich schick dir dann den Ausschnitt. Du hast gesagt, du willst auf die Spitze der Rakete. Tyrox, hab ich das gesagt? Ja. Haha. Also Melanie. Wer ist dein Angebildeter? Weil... Ja. Sag es uns. Wir sind ganz ohr. Ist es vielleicht Schneemann YouTube? Ich bin gerade bei den Asteroiden, ne? Nein, ist es nicht. Ist es vielleicht. Boah, wen könnte man noch nehmen? Äh. Niemanden. Äh. Tyrox? Äh. Ich bin gerade bei den Asteroiden, ne? Was willst du dort? Äh. Du Arsch. Okay. Tyrox will. Die Rakete geht kaputt. Eins mehr. Eins mehr. Eins mehr ist gerade hinter mir in die Luft geflogen, weil er sauer war. Was? Flying is not enabled und das war geil. Ist die Rakete jetzt weg? Ach. Tyrox. Tyrox? Nein, die Rakete ist nicht weg. Gut. Äh. Find ich gut. Ist gerade irgendjemand in der Base? Nein. Ja. Kann mal... Sissi, kannst du mal bitte Essen in die Dimensional Chest machen? Die beim Fahrstuhl steht. Irgendwie habe ich Hunger. Äh. Danke. So. Jetzt muss ich noch an die Oberfläche kommen. Oh, komm. Lasst mich doch in Ruhe, ey. Seid ihr schlimmer als sie eingeboren haben bei Sofort? Wie bei Forrest? Ach, schau. Hör auf mich abzuschießen. Noch eins. Jetzt. Nö. Jetzt hab ich mich gemobbt. Das ist halt nur die Frage, was kann ich hier machen? Erzefarmen. Witzig. Ich muss wieder warten. Warten, warten, warten. Äh. Warum? Auf die Heavy Duty Plates. Warum? Weil sie dauern. Hä? Wie stellst du bitte schnell Heavy Duty Plates? Warum? Hä? Wie stellst du bitte schnell Heavy Duty Plates? Ja. Äh. Kompressor. Ja, warte mal. Äh. Heavy Duty Plates. Diese. Die drei Farben in drin haben, oder? So schwarz. Vom schwarzen ins grau und dann ins braune. Oder welche stellst du her? Äh. Die Tier 2. Dann sind das keine Heavy Duty Plates. Weil ich brauch... Doch, das steht da. Hä? Weil ich brauch... Heavy Duty Plates. Wenn ich hier mir das Rezept vom Solar Pendel 3 angucke, steht da, ich brauch Heavy Duty Plates. Und die mach ich aber aus Iridium. Deswegen bin ich ja hier... Ja, es gibt verschiedene. Deswegen... Ja, dann sollten die das vielleicht mal umbenennen. Weil das macht ihnen ja total körre im Kopf. Ja, das sind Heavy Duty Plates. Und wahrscheinlich eine andere, oder? Weil das ist die Tier 2, die ich grad mach. Brauch ich. Warum mach... Achso, du brauchst dann noch neuer Arcade craften. Mhm. Ja, also aus Asteriegengestein kannst du halt einfach nur... Ja... Scheiße machen, du. Ihhh. Ja. Ist so. Interessant. Ich weiß zwar nie, was du alles aus den Dingern machst, aber gut. Hä? Du bist explodiert durch ein Zombie. Autsch. Das versteh ich jetzt grad nicht. Na irgendwas muss doch grad explodiert sein bei dir. Ja. 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 Ja.